Wobei ich glaub ich würd's auch für 150 machen. Nee, ich nicht. Ja, ich auch, aber ich will's nicht für 150 machen. Ja, ich auch nicht, ja. Ich will zumindest nicht für 150 machen. Oh, ich nehm grad auf, im Sound. Egal. Für 150 machen, wenn, ähm, wenn die Datenabgleich Leute, die ja echt nur am PC sitzen und ein bisschen was machen am Tag, ähm, genau dasselbe bekommen. Ja, guck mal, das Ding ist aber, du weißt selber, dass grad das, was Johanna macht, ist super mega harte Arbeit. Ja, aber das kann jeder machen, weißt du? Filmen kann nicht jeder. Ja. Ja, wobei, hm. Natürlich, dann nehmen wir keine Kameraleute, dann nehmen wir Leute, die einfach cool drauf sind. Ja, die sich halt ein bisschen mit sowas auskennen, mit Rechner und so. Daher hab ich auch schon mehrere Leute. Ja, PC. Also Cutter brauchen wir auf jeden Fall keine. Nein. Dann nimmst du einfach ein paar Büromenschen, die vielleicht Urlaub haben oder so. Und die sich halt 650 oder 750 Euro in einem Tag haben. Ja, genau. Das ist für die sehr viel Geld. Willst du mir eine Floppe? Ja, warte kurz. Wann bist du fertig? Halb, so dreiviertel Stunde noch. Gehen wir dann heim, oder? Ja, würde ich sagen. Was machen wir dann? Willst du einen kiffen, oder? Klar, Alter. Ja. Wir haben dann, jetzt ist es zwei. Ich nicht, Alter. Ich mach heute echt nichts. Was? Ich kiff heute nicht. Morgen wieder. Ich war gestern so verballert, Mann. Okay. Dann doch. Ich hab ja heute nichts zu tun. Ja. Ja. Ja.